Was?! Lol? Nicht direkt sterben. Damit kommen wir jetzt zum neuen Hot Reels Map, Leute. Zum allerersten Mal, oh je. Bist du schon mal gefahren hier, oder? Hey Leute, im heutigen Video haben wir ein neues Update in StumbleGuys. Wir haben jetzt benutzerdefinierte Maps, wodurch wir heute ein 1 gegen 1 auf verschiedenen Maps gegen Kitty machen können. Hallo. Hallöchen. Okay. Ja, das Ganze bedeutet, Kitty kann sich jetzt erstmal eine Map wünschen, auf der wir dann gegeneinander spielen müssen. Und jeweils, ja, wir sind nur zu zweit, das heißt, wir haben nur eine Runde und der Gewinner von der Runde kriegt jeweils einen Punkt und am Ende geht es eben darum, wenn man Punkte holt, gewinnt das Ganze. Welche Map willst du als erstes? Als erstes würde ich sagen, nehmen wir Space Race. Okay. Das heutige Video wird wieder unterstützt von unserem Sponsor Fitbit übrigens. Mit der Uhr könnt ihr einiges tracken, so zum Beispiel jeden Tag auch eure Schritte oder euren Schlaf. Wir schauen uns jetzt mal hier die Schritte an. Wie viele Schritte hast du heute? Äh, heute war ich sehr gut drauf mit 10.839. Boah, okay, ich habe 7.866 heute. Okay, und die letzten, was hast du so die letzten, ich kann mal drauf tippen einmal? Die letzten, diesen Monat im Schnitt. Äh, ja, im Monat habe ich 7.827. Okay, ich habe 13.000, wobei, ja, ja, äh, ja, ich war fleißig auf jeden Fall. Ja, also schon krass 13.000. Ja, ich weiß. Ja. Geht aber eigentlich. Okay, so, jetzt wird es spannend, welche Map werden wir bekommen? Gut, eigentlich müsste das schon voreingestellt sein. Hä? Wie? Keine Ahnung. Okay, irgendwie funktioniert es nicht. Egal, welches Spiel machen wir trotzdem, oder würde ich sagen? Egal. Ja. Okay, let's go. Oh je. Ach, oder ist das im Finale? Ja, das ist, oh mein Gott. Das ist direkt im Finale, tatsächlich. Hä? Aber warum? Oh mein Gott. Oh je. Ah ja stimmt, es kann ja jetzt nur im Finale sein, aber wir sind ja nur zu zweit. Was mache ich direkt? Sekunde, ich muss erstmal nach vorne kommen jetzt. Aua. Aber wieso haben wir jetzt die Map bekommen? Da habe ich es irgendwie falsch. Nö. Oh mein Gott, es kann sein, dass ich aus Versehen nur die Spacemap ausgestellt habe als aller einzige. Weißt du was ich meine? Ich habe alle Maps, oh mein Gott. Ich habe alle Reihen außer die Spacemap, die ist jetzt nicht dabei. Nice. Ja, der Auswahl gewesen. Ich glaube das war der Grund. Oh je, okay. Gut, dann habe ich ein bisschen verkackt, aber egal. Ich glaube ich habe eh die erste Hunde jetzt verloren, oder? Nein, doch. Bist du? Hä? Bist du denn? Ich bin vorm... Oh mein Gott, nein. Ey, sehr egal. Erster Punkt damit an mich und ich... Ja, wir stellen jetzt vielleicht nochmal um gerade, oder so. Leute, Runde Nummer 2. Was sagst du zum Spiel? Oh je. Ich weiß gar nicht so genau. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Map jemals gespielt habe. Oh je. Oh man, also es klappt überhaupt nicht gut bei mir. Ja, ich schlafe mal zu dir zurück. Was hab ich jetzt gemacht? Reife? Reife? Was ist Scheife? Irgendwie bleibe ich hängen, oh je. Ich geh nach. Ja, ich weiß nicht. Hier ist ein bisschen ungleiches Battle vielleicht. Ich geb mir auf jeden Fall Mühe. Oh mein Gott. Zieher. Gut, ich kenn halt auch die Shortcuts, ne? Das ist halt auch ein bisschen unfair, aber... Oh. Okay. 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 Will mal kurz für 5 Sekunden stehen. Komm. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, komm jetzt aber. Hab ich das noch? Fair net. Ja, ich glaub ich hab keine Chance. Er muss den auch irgendwie fair gestalten. Ach, das Ziel ist ja schon das Ziel. Ja okay. Zweiter Punkt. Damit an Kitty. Ja, was? Yay. Okay. Nächste Runde würde ich sagen. Oh, okay. Dritte Runde. Oh, Laser. Okay, wie bist du ein Lasertracer? Ich glaub zwei Mal hab ich gespielt. Es war okay. Hä? Boah, aber diese Customize-Dinger sind ja echt so cool. Das Spiel wähle ich viermal viel besser für mich, finde ich. Oh je. Okay, das sind zwei. Ja, ist ein bisschen. Nicht direkt sterben. Äh. Ja. Ja. Kein Kommentar. Wir gehen in Runde Nummer 4. Okay. Wir haben die nächste Runde und mal schauen. Ich würde mir einen coolen Modus wünschen. Okay. Wir kriegen Lost Temple. Weiß ich jetzt nicht. Kenne ich nicht die Map. Echt? Okay. Das war ein Witz, ne? Hä? Leuchert kurz, ich wäre alleine. Aber gut. Okay, komm. Ich geb dir 10 Sekunden Vorsprung. Eins. Zwei. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Bisschen voll cool aus. Acht. Neun. Zehn. Okay, jetzt muss ich gerade werden. Okay, let's go. Gesundheit. Okay, kack. Legt runtergefallen. Shit. Was, Bruder? Ja, also jetzt lässt die Map gut bei mir. Ja, ich seh... Oh mein Gott, ich bin zwar runtergefallen. Ich glaub, die Runde ist fast schon... Oh mein Gott. Also wenn ich jetzt noch irgendwie gewinnen kann, das... Okay, ich muss alles zu geben. Ich hab eine Abkürzung. Ah, das muss ich jetzt nehmen. Oh mein Gott. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Kackt. Oh je. Ich glaub irgendwie, dass ich verkackt habe. Schnell! Nein. Ich hab's nicht mehr machen. Ich bin bloß alle Zeit der Welt. Ich hab's total verkackt, glaub ich. Ja, ich lass mir auch ziemlich Zeit tatsächlich. Oh mein Gott, was? Ich bin total schlecht gerade. Jetzt. Oh mein Gott, ich wär auch runtergefallen. Ja. Ja, ich glaub. Wo ist er? Seh dich noch nicht. Doch, ja, okay. Oh mein Gott, du wirst überhaupt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Lol. Also, das war jetzt voll crazy. Ich hab's gesehen. Ah, okay. Reicht nicht. Damit... 2-2, ne? Oh mein Gott. Ja. Ja. Wie weit bist du nach oben geschleudert? WTF? Was war das denn? Damit kommen wir jetzt zur neuen Hot Wheels Map, Leute. Zum allerersten Mal. Oh je. Bist du schon mal gefahren? Nee, oder? Oh mein Gott. Hä? Ich glaube nicht. Ja, wo... Ich dachte, es kommt ein Auto. Wo ist denn das Auto? Hä? Ich... Ich dachte, wir würden... Okay, jetzt muss irgendwo eigentlich ein Auto kommen. Hä? Echt? Ja, eigentlich schon. Das ist ja eine Hot Wheels Map. Ich hab's schon gesehen auch irgendwo. Oh? Es dauert? Jetzt bin ich oben. Oh mein Gott. Eine Ewigkeit später. Okay. Jetzt geht's hier weiter. Du läufst ja voll konferent rum. Ich überleg ja voll lang, was ich machen muss. Ja. Eigentlich nur drüber, dachte ich jetzt halt, ne? Ja, aber ich wollte halt nicht runterfallen. Ich weiß nicht, was lang geht gerade. Yo! Oh mein Gott. Ah. Lol. Hä? Das ist übel. Oh mein Gott. Ich muss erst mit Steuerung kennenlernen. Aber vor allem auch extrem schwierig irgendwie zu steuern. Kann das sein? Das ist so ein Boost-Feld. Hä? Das ist ultra schwierig zu steuern für mich. Oh mein Gott. Aber kein Boost-Jumper. Oh, das ist... Oh, das ist ein Looping. Uh! Oh mein Gott. Ja. Das ist richtig cool. Ja. Jetzt noch ein Speedboost und noch eine Schranke du hast. Loool. Loool. Diggerpaar. 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 Und jetzt... Oh mein Gott. Da ist so ein Dinosaurier. Ist das Ziel? Scheiße. Das ist ein Kropodil. Hä? Ja, ist egal. Ist dasselbe. Ne. Ja! Das war das Ziel. Oh mein Gott. Okay. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Leute, das war das allererste von Hot Wheels Map. Würde ich sagen wie immer. Danke nochmal für Fitbit für Sponsoring heute. Und jo, das ist gerne ein Abo da für weitere Videos. Haut rein. Und jo, bis zum nächsten Video würde ich sagen. Ciao. Tschüss. Tschüss.